Kommunikation zieht sich durch unser ganzes Leben und auch im Studium ist sie ein wesentlicher Bestandteil. Das ist zum einen die Kommunikation mit Professorinnen und Professoren, mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch das Präsentieren von Inhalten in Diskussionsgruppen bei Seminaren und Vorträgen. Auch hier gilt nicht nur, was kommuniziert wird, spielt eine Rolle, sondern auch wie. Ein guter Vortrag, eine gute Präsentation besteht immer aus einem interessanten Inhalt und aus einer ansprechenden Präsentation dieses Inhalts. Aber wie kann ich meinen Vortrag besonders spannend gestalten? Worauf muss ich achten, wenn ich etwas präsentiere? Das ist zum einen der Inhalt selbst. Wenn du deine Inhalte ausgearbeitet hast, dann solltest du sie gut strukturieren und in eine klar verständliche Sprache bringen. Wenn wir über wissenschaftliche Inhalte sprechen, dann neigen wir dazu, eine sperrige Sprache zu verwenden. Aber für jeden Vortrag gilt, die Sprache muss klar und einfach sein, sodass deine Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich meist nicht so intensiv wie du mit dem Thema beschäftigt haben, auch wirklich folgen können. Du musst dir vorstellen, deine Zuhörerinnen und Zuhörer hören deinen Text nur ein einziges Mal und dabei sollten sie auch verstehen, worum es geht. Außerdem ist wichtig, dass wir uns vergewissern, wer unser Publikum ist und dementsprechend Sprache und Inhalte anpassen. Um das von dir Gesagte zu verdeutlichen, ist eine ansprechende Visualisierung hilfreich. Eine klar strukturierte Präsentation kann deinen Vortrag unterstreichen und deine Zuhörerinnen und Zuhörer werden mehr bei der Sache sein und sich deinen Inhalt leichter merken. Wenn du digitale Präsentationsformen wie etwa PowerPoint verwendest, dann achte darauf, dass deine Folien nicht überladen sind. Ein Grundsatz ist da nur eine Botschaft pro Folie. Das heißt, du solltest wirklich nur die wichtigsten Inhalte, die wichtigsten Stichwörter und Zahlen projizieren und auf keinen Fall den gesamten Vortrag. Wenn du Anschauungsmaterial hast oder mehrere Gegenstände, die du mitnehmen willst, dann bring sie mit. Gut eingesetzt, können sie ein echter Hingucker sein und auch Flipcharts können eine gute Abwechslung zu den digitalen Präsentationsmethoden sein. Bei der Präsentation ist auch das Wie entscheidend. Also, wie sieht deine Körpersprache aus? Bist du offen oder stehst du verschlossen da? Wie sieht deine Mimik aus? Wenn du mit deinem Lächeln und deiner offenen Körperhaltung in die Präsentation gehst, dann wird dein Vortrag enorm aufgewertet. Wichtig ist auch, dass du möglichst frei sprichst. Wenn du in der Vorbereitung Moderationskärtchen verwendest und den Text öfter durchgehst, dann wird es dir immer wieder gelingen, dass du von der Moderationskarte ins Publikum schaust und dadurch werden sich deine Zuhörerinnen und Zuhörer besser angesprochen fühlen und auch besser mit ins Boot geholt fühlen. Dadurch werden sie nicht so leicht abschweifen. Stichwort Abschweifen, damit das nicht passiert, solltest du dir überlegen, wie dein Anfang und dein Schluss gestaltet ist. Das kann eine Frage ans Publikum sein, eine persönliche Erfahrung oder auch eine Nachricht, die gerade über die Medien transportiert wird. Das wird deine Zuhörerinnen und Zuhörer fesseln und sie werden wissen wollen, wie dein Vortrag weitergeht. Damit dich deine Zuhörerinnen und Zuhörer besser verstehen, ist es wichtig, dass du klar und deutlich sprichst. Eine Übung, die dir dabei helfen kann. Nimm in der Vorbereitung einen Korken oder deinen Daumen zwischen die Zähne und versuche jetzt deutlich zu sprechen. Du wirst sehen, dass du deutlicher Artikulieren anfängst. Wenn du das zehn Minuten vor der Präsentation machst, wirst du sehen, dein Vortrag wird wunderbar artikuliert sein. Du hast dich jetzt also gut vorbereitet, der Text sitzt, aber was uns dann oft dazwischen pfuscht, ist dieses lästige Lampenfieber. Jeder und jede von uns kennt, dass man steht bei der Präsentation und plötzlich ist man furchtbar nervös. Aber auch da gibt es ein paar Tipps und Tricks, die helfen können. Erstens, eine gute Vorbereitung. Wenn du gut vorbereitet in deinen Auftritt gehst, dann wirst du sehen, dass du auch schon weißt, wo die Stellen sind, wo du aufmerksam sein musst und du wirst viel selbstbewusster sein. Zweitens, ein positives Mindset. Positive Gedanken spielen bei jedem Vortrag eine entscheidende Rolle. Du kannst dich auch ein bisschen austricksen. Wenn du dir vorstellst, wie gut dein Vortrag läuft und wie gut es dir geht, dann wirst du auch viel selbstbewusster in die Präsentation gehen. Drittens, die Körpersprache. Wenn du mit einer offenen Haltung und einem Lächeln auf den Lippen in den Vortrag gehst, dann ist es nicht nur für deine Zuhörerinnen und Zuhörer angenehm, sondern auch du wirst ein besseres Körpergefühl haben. Und viertens, das klingt jetzt ganz banal. Atme nicht vergessen. Wenn du vor deinem Auftritt ein paar Mal tief ein- und ausatmest, dann wirst du sehen, dass du viel ruhiger wirst und du wirst viel entspannter in die Präsentation gehen. Und zuletzt noch, mit jeder Präsentation und jedem Vortrag wird es einfacher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.